Hallo, mein Name ist Marcel Waldbüßer. Ich bin Inhaber der Schreinerei Waldbüßer in Wüstenrot. Unser Unternehmen wurde von meinem Großvater August bereits 1951 gegründet. Ich habe das Unternehmen 2015 von meinem Vater übernommen, der uns aber bis heute noch tatkräftig unterstützt. Aktuell besteht unser Betrieb aus neuen Mitarbeitern. Es sind zwei Meister, vier Gesellen und drei auszubilden. Unsere Fertigungsschwerpunkte reichen vom gehobenen Innenausbau bis hin zum Laden und Objektbau. Ein zweiter Schwerpunkt ist unsere Lackiererei, wo wir neben unseren eigenen Möbeln auch Aufträge und Lackierarbeiten für unsere Kollegen übernehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Herausforderungen in Zukunft bemerdeten. Musik Falls Sie neugierig geworden sind und Interesse an unserer Arbeit haben, können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren.